Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Gestern war ja öffentliches Training auf Schalke, das erste Training von unserem neuen Chefcoach Karel Gerratz und dort ist natürlich dann auch schon einiges aufgefallen, sowohl in der Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft als auch in einer möglicherweise neuen taktischen Herangehensweise und das schauen wir uns natürlich auch nochmal ganz genau an. Zudem stellt sich natürlich auch die Frage, welche Spieler fehlen, welche Spieler kehren bald vielleicht auch zurück. Da geht es vor allem auch nochmal um Ralf Fährmann und wir blicken auch nochmal ganz genau auf Peter Knebel, ob er möglicherweise auch bedingt durch unseren neuen CEO Matthias Tillmann Schalke bald verlassen muss. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Werfen wir erstmal einen Blick auf den gestrigen Trainingsplatz, denn es ging wieder los auf Schalke mit dem Training nach der Heimpleite gegen Hertha BSC und zugleich war es natürlich auch der erste Auftritt, wenn man so sagen möchte, von Karel Gerratz. Schauen wir aber erstmal auf die Spieler, die gestern nicht mit dabei waren und dort vor allen Dingen auf Ralf Fährmann und Danny Latza. Denn, das hat Schalke auch gestern nochmal selber offiziell mitgeteilt, beide konnten nur individuell trainieren. Ralf Fährmann plagt sich ja weiter mit Problemen an der Achillessehne herum, Latza mit Problemen an der Leiste und auch deswegen werden beide heute im Testspiel gegen Almelo an diesem Donnerstag im Parkstadion ist ja das Spiel um 13 Uhr fehlen. So viel ist auf jeden Fall schon mal klar. Natürlich ist dann auch die Diskussion da, wann denn überhaupt beide zurückkehren werden, denn das kommende Zweitligaspiel im Kaltsruher SC ist ja Sonntag in einer Woche und dafür sind die beiden Spieler, der Watz, auf jeden Fall mal fraglich und sie werden wohl möglich auch da ausfallen. Natürlich vor allem auch bitter für Ralf Fährmann, der genau jetzt die Chance hätte, sich wieder in den Fokus zu spielen, weil eben Marius Müller verletzungsbedingt fehlt, aber es sieht wohl sehr stark danach aus, dass auch Fährmann gegen Karlsruhe noch fehlen wird. Gefehlt hat gestern auf dem Trainingsplatz ebenfalls Cedric Brunner, denn der hat auch weiterhin Probleme an der Leiste. Brunner hat ja schon gegen Hertha BSC am Sonntag gefehlt und war eben auch gestern nicht mit dabei. Da ist aber auch nicht wirklich klar, wann er wieder fit ist, da gibt es keine genaue Prognose. Gefehlt haben gestern auch unsere beiden U20-Nationalspiele Yusuf Kabadayi und Keke Top. Beide sind dann mit der deutschen U20-Auswahl unterwegs. Am Freitag spielen sie in Portugal, am kommenden Mittwoch dann gegen Tschechien und danach werden beide dann auch verschalkologischerweise zurückerwartet. Für etwas Aufregung, gestern sorgte auf jeden Fall während der Einheit der österreichische Rapper Moneyboy, der im Schalke-Training aufgetaucht ist. Einige von euch kennen ihn vielleicht, der will jetzt auch gerne einen Schalke-Song machen, ist nach eigener Aussage seit drei Monaten Schalke-Fan und hat zumindest beim Training dann noch für ein bisschen Unterhaltung gesorgt. Und soviel also dann mal zum Personal-Update. Und dann werfen wir aber auch nochmal einen ganz genauen Blick auf das gestrige Training. Denn wie immer, wenn ein neuer Cheftrainer da ist, in diesem Falle mit Karel Gerratz, wird natürlich auch ganz genau darauf geschaut, wie vielleicht auch so ein Ersttraining läuft, was man schon ein bisschen erkennen kann. Und natürlich war auch dort die ganze Thematik Kommunikation und Taktik wirklich groß. Und da gab es auch wirklich einige interessante Beobachtungen von der WAZ, von Sky und von der BILD. Denn es waren erst mal gestern 500 Fans vor Ort. Und da konnte man eben auch schon anhand der Fans sehen, dass sich ein bisschen was verändert hat. Denn nachher haben auch viele Fans geschrieben, ja, ich konnte schon ein bisschen was an der Taktik erkennen, da hat auch schon ein bisschen was geändert, sehr kommunikativ. Und genau das sind eben auch die Berichte von diesen drei Zeitungen, von diesen drei Medienberichten von WAZ, Sky, BILD. Dass eben auch Karel Gerratz ja sehr im Fokus auch seiner Spieler war, weil er unglaublich viel kommuniziert hat. Er hat auch probiert, vieles auch schon auf Deutsch zu machen und nicht immer alles nur auf Englisch. Kommandos, Einzelgespräche, aber auch Gruppenansprache. Und das eben wirklich laut und deutlich. Also Gerratz war mittendrin im Trainingsgeschehen. Und das ist beispielsweise auch ein Unterschied zu Thomas Reis. Der hat eben auch zuletzt die Einheiten eher aus der Distanz beobachtet. Dort sein Co-Trainer Markus Gellhaus eher die ganze Geschichte machen lassen. In diesem Falle war es eher andersrum. Den Tim Smolders als Co-Trainer war eher der passive Part. Und Gerratz wirkte sehr aktiv eben auch mit. Und auch Sky hat das nochmal bestätigt. Er war sehr viel unterwegs, lautstark mit dabei und holte sich auch immer wieder Spieler ran, um mit ihm zu sprechen. Beispielsweise redet er auch wirklich durchaus lange mit Lino Tempelmann. Gerratz war einfach mittendrin und gestikulierte auch wirklich sehr viel. Und ich finde, das ist schon wirklich sehr interessant. Und wie auch nochmal die Watz berichtet, es war auch eben auffällig, dass er wirklich bemüht war, so viel Deutsch wie möglich zu sprechen. Und auch das ist sicherlich etwas Positives, um eben auch den Spielern direkt einen guten Eindruck zu geben. Und klar ist natürlich auch, dass es klar ist, dass in einem solchen ersten Training man auch als neuer Trainer ohnehin deutlich kommunikativer ist, als vielleicht, wenn du schon ein, zwei Jahre im Amt bist. Aber trotzdem ist das sicherlich auch für unsere Spieler wirklich gut. Und dann gab es auch noch ein abschließendes Spiel auf dem verkürzten Feld. Und da ging es natürlich dann auch um Tore. Und dort waren auch viele davon überrascht, dass Gerratz direkt mal in seiner ersten Einheit die Dreierkette wieder ausprobiert hat. Das ist ja ein System, was wir vor allen Dingen auch unter Domenico Tedesco und Dimitrios Gramozis haben spielen lassen. Und Karel Gerratz gilt ja auch als Fan von dieser Systematik im 3-5-2 und hat ja auch schon angekündigt, wenn sich die Mannschaft darin wohlfühlt, dann kann man das auf jeden Fall überlegen. Und gestern im Training hat er es auch direkt mal so spielen lassen. Denn im Team A, so hat es die Wadze jetzt mal formuliert, verteidigten Niklas Tauer, Tomasz Kalasch und Marcin Kaminski. Und im Team B waren es Ibrahima Cissé, Timo Baumgartl und Henning Matriciani. Und deswegen ist es wohl auch ganz gut möglich, dass wir bereits heute im Testspiel dieses System sehen werden. Wäre für mich auch die vollkommen richtige Entscheidung. Einerseits ist es ohnehin jetzt nicht optimal, dass Gerratz direkt an seinem zweiten Tag ein Testspiel hat. Da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn das Testspiel Samstag oder Montag oder so erst gewesen wäre. Aber gut, ist jetzt nun mal so. Und trotzdem fände ich es wirklich schon gut, wenn wirklich auch Gerratz den Plan hat, dieses System mit der Mannschaft zu spielen, das auch heute direkt mal auszuprobieren. Denn genau dafür ist ja auch ein Testspiel da. Ansonsten war Gerratz auch sehr kommunikativ, was die Fans angeht. Er hat sich wirklich sehr lange Zeit gelassen. Er hat jeden, laut der Watz, wirklich jeden Foto- und Autogrammwunsch erfüllt und hat sich eben auch angehört, was die Fans zu sagen hatten. Ganz interessant war dort auch ein Schalke-Fan, was vielleicht auch viele von euch auf Twitter oder Instagram schon gehört haben. Denn der hat Gerratz vor dem Training mit auf den Weg gegeben. Tritt den Jungs ruhig so richtig in den Arsch. Und das war sicherlich auch ein guter Satz, ein passender Satz, den viele Fans sicherlich auch ganz gerne mal gehört haben. Und somit kann man auf jeden Fall hier unterm Strich sagen, das erste Training von Karre Gerratz ist wirklich gut verlaufen, hat ein paar interessante Eindrücke gegeben. Und dann gucken wir mal, was man heute vielleicht aus dem Testspiel dann auch nochmal für Eindrücke sammeln kann. Eindrücke wird natürlich nun auch unser neuer Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann sammeln, auch wenn er ja erst offiziell am 1. Januar übernehmen wird. Trotzdem ist auch klar, dass er sich natürlich auch Gedanken machen wird und Karre Gerratz sage ich jetzt schon und Matthias Tillmann will sich auch im Vergleich zu seinem Vorgänger Bernd Schröder deutlich mehr im sportlichen Bereich einbringen. Der Sport ist unser Kerngeschäft. Dort gilt es, wichtige Entscheidungen zu treffen und auch Bestehendes zu hinterfragen. Ich freue mich dabei sehr auf die Analyse und Impulse unseres neuen Cheftrainers Karre Gerratz. Und damit haben wir eben hier schon mal mit Matthias Tillmann einen Vorstandsvorsitzenden, der eben sich nicht nur auf Marketing und Co. konzentrieren möchte, sondern er blickt auch ganz genau auf das Sportliche. Und damit haben wir natürlich hier auch schon einen klaren Unterschied. Axel Lefer hat ja auch schon bekannt gegeben, dass wenn eben der neue Trainer und der neue CEO da sind, es eine Analyse geben wird, woran es eben auch gelegen hat, warum man aktuell so Probleme hat und welche Dinge man insbesondere im Sport noch anpassen muss. Und damit ist natürlich vor allem auch die Zukunft von Peter Knebel gemeint. Schalke will sich aber dort laut der WAZ noch ein bisschen mehr Zeit lassen, um eine Entscheidung über Peter Knebels Zukunft zu treffen. Und zwar nun bis Ende Februar. Der eigentliche Plan war ja, dass bis Ende des Jahres eine Entscheidung getroffen ist. Aber ich denke mal, damit ist es auch logisch, dass eben auch Matthias Tillmann dort ein großes Wort mitreden wird, was die Zukunft von Peter Knebel angeht, weil er eben auch dann zwei Monate Zeit hat, diese Arbeit eben noch aktiv mit zu beobachten. Und ich finde das auf jeden Fall durchaus interessant, denn damit ist natürlich auch klar, könnte das Ende von Peter Knebel auch erst recht durch Matthias Tillmann eingeläutet werden. Denn er stellt wirklich auch speziell die Arbeit von Sportvorstand Peter Knebel auf den Prüfstand. Denn, was er eben auch hört, der Aufsichtsrat sieht Knebel durchaus auch eher als Problem und nicht als Lösung. Und deswegen gilt eine Verlängerung auch aktuell als eher ausgeschlossen oder zumindest mal unwahrscheinlich. Und Matthias Tillmann wird hier auf jeden Fall anpacken und auch das logischerweise ganz genau unter die Lupe nehmen, weil er sich eben auch im Vergleich zu Bernd Schröder wie angerissen deutlich mehr in den Sport einbringen möchte. Ich finde es auch weiterhin schwierig zu beurteilen, wie gut jetzt die Besetzung mit Matthias Tillmann ist oder wie schlecht sie ist. Klar, Fett an Wirtschaft, die ganze Geschichte mit Axel Hever ist auf jeden Fall nicht optimal. Aber auch Matthias Tillmann kriegt für mich auf jeden Fall als Fan eine klare, faire Chance, sich diesen Job anzueignen, zu zeigen, dass er diesen Job eben auch beherrscht. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie auch so seine ersten Entscheidungen ausfallen werden. Denn wenn man sich natürlich auch dann als CEO deutlich mehr in den Sport einbringen möchte, was für mich auch nicht verkehrt ist, dann hängt das logischerweise auch mit Peter Knebel zusammen und dessen Zukunft, die wackelt auf jeden Fall, gehörig. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Heute, wie gesagt, Testspiel um 13 Uhr das erste Mal. Dann direkt mal unsere Mannschaft zu sehen unter Karel Gerrerts. Bin auf jeden Fall mal gespannt und erwartet trotzdem aber auch nicht viel nach einem Trainingstag. Aber auch das wird sicherlich ganz spannend für uns Schalker. Also eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.